Ich denke mal, ich werde eine Enderperle usen. Und zack! Weg mit dir! Och Gott. Die haben sich jetzt nicht ernsthaft alle drei in die Mitte geportet. Was macht ihr denn da? Die werden sowas von gleich alle drei hintereinander sterben, das sage ich euch. Er will mich in Lava versetzen. Er brennt. Er brennt. Ja, bisschen blöd mit deiner Lava, ne? Weg damit. So, tschüss. Für dich hat es sich ausgeleuchtet. Tschüss. Ne, ne, hallo, was, was, was warst du? LOL. Was war das denn? Einen floschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Sky Wars. Und ihr glaubt mir nicht, was ich hier gerade für schönes Zeug abgesahnt habe. Zwei Enderperlen, drei Healpots. Also, besser kann es hier eigentlich nicht starten. Und dann habe ich noch einen Diamantbrustpanzer. Also, beschweren kann ich mich hier überhaupt gar nicht bei dem Equip. Das ist hier natürlich exzellent, ne? Und für die Leute, die sich jetzt vielleicht fragen, wieso gerade die Zeit kein GTA kommt. Ja, da ich immer für die Woche hier vorproduziere, ist gerade zum Beispiel, haben wir es heute Donnerstag. Und ihr werdet dieses Video am Freitag sehen. Also, von mir aus nicht morgen, sondern in acht Tagen. Und hier ist gerade ein Update rausgekommen und jetzt funktionieren meine ganzen Mods nicht mehr. Deswegen kann ich das dementsprechend auch gerade nicht aufnehmen. Das ist zwar schade, aber wir haben trotzdem eine tolle Runde von Minecraft Sky Wars. Ach komm. Na, dann komm doch zu mir, ne? Ja. Sehr gut. Sehr gut, ich mische mich ein. Ich mische mich ein. Los. Los. Ja, komm. Ich mische mich ein. Er flüchtet. Okay, ist mir auch recht. Dann nehme ich das Equip. Ach, ich habe das alles schon. Mist, Moment mal. Ich kann mir das hier entsch... Nein, ich habe keine Erfahrungspunkte. Aber in Schärfe 2 Schwert. Dafür nehme ich die Sachen hier mit. Und der Rest ist leer. Okay. Dann nehme ich den hier noch mit. Weil sonst bedient sich da jemand dran. Und das wäre ja nicht so klasse. Und wo ist er jetzt hin verschwunden? Da drüben. Hockt er. Auf seiner einsamen Insel. Er hat dich war das Tier Equip mitgenommen. Ja. Ich bin besser aufgestellt als er. Oh Gott. Ja, tschüss. Er hat keine Enderperle. Sehr gut. So. Jetzt bleibt nur noch der Typ da drüben. Ich denke mal, ich werde eine Enderperle usen. Und zack. Weg mit dir. Ja, es wäre scheißegal. So. Gelöscht. Ja, er ist tot. GG. Oh nein. Wir sind auf dieser richtig blöden Map. Aber wenigstens habe ich gutes Equipment. Das ist schon mal sehr gut. So. Was? Oh. Okay. Mit dem Equipment habe ich bei der ersten Chest schon mal überhaupt nicht gerechnet. Aber hier braucht man immer so viele Blöcke zum rüberbauen. Also mit dem... Ja, er verlässt auch schon. Bestimmt hat er wieder Enderman genommen. Und hat seine Fähigkeiten zum Werfen unterschätzt. Ja, wahrscheinlich hockt er wieder in der Mitte. Der wirft sich echt jedes Mal in die Mitte. Und ohne das Equip würde der locker sterben. Bitte lass... Ja. Ich helfe zwei. Okay. Oh nein. Ach nee. Ich habe mehr. Ich dachte gerade schon... Ja! Er hat das hier gelassen. Hab... Ist ja dumm. Wieso lässt er mir denn das Tier Equip hier? Und er lässt mir auch das bessere Schwert hier. Kann ich mir irgendwas craften? Nee, ich brauche gar nichts. Okay, dann nehme ich mir die Werkbank noch mit. Feuil. Mehr brauche ich ja auch eigentlich gar nicht. Und die Axt reicht mir auch. So. Tschüss. So, jetzt muss ich den nur noch bekommen. Was willst du denn, Alter? Ja, komm. Was baust du dich jetzt so hoch wie eine Feige Memme? Komm runter. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ich mach die fertig. Ich mach die fertig. Ich mach die sowas von fertig. Nein! Ja, er nutzt... Nein! Oh Gott. Nein, nein, nein. Ich bin am Falsch an. Wie kann er so viele Herzen haben? Ich sag's doch. Hätte der das Equip dich aus der Mitte, der wäre jetzt locker gestorben. Denn am Dorfrand herrscht Krieg. Oh Gott. Die haben sich jetzt nicht ernsthaft alle drei in die Mitte geportet. Was macht ihr denn da? Die wären sowas von gleich alle drei hintereinander sterben. Das sage ich euch. Die wäre... Da wird höchstens einer überleben. Oder einer ist so smart und baut sich weg. Oder klatscht den Rest weg. Das ist jetzt hier natürlich die Frage. Ich könnte eigentlich direkt auch in die Mitte gehen. Da will die Runde ziemlich schnell vorbei. Oder jemand hat zwei Enderpearl. Dann könnte er sich auch zurück... Bitte sag, dass er weg ist. Bitte sag... Ja! Danke! Endlich eine Befreiung meiner Seele. Er ist weg. Cool. Danke Gott! Du bist der Beste. So, und da ich ja gerade in der Aufnahme bin, kann ich erstmal... Tja. Ich bin auf meiner Insel. Wo denn auch sonst? Was ist das denn für eine Frage? So, dann verbrennen wir das hier noch. Da ich hier jetzt in der Aufnahme bin, kann ich ja auch hier mal ein paar Leute bloßstellen. Beziehungsweise eins. Und zwar Zed Royle. Der hat mir nämlich... Der wollte mir drohen. Dieser Lackaffe, Alter. Der hat voll Lack gesoffen. Dann meinte er, er könnte mich mit einem Dislike erpressen, Alter. Ach, so ein Volldepp. Ich erkläre es euch mal, Leute. Dislikes schädigen einen YouTuber gar nicht, sondern helfen dem weiter. Weil Bewertung ist Bewertung. Und dann werden meine Videos weiterempfohlen, ne? Weil Bewertungen drauf sind, ne? Ist, denke ich, mal logisch, oder? Ach komm, der hat doch locker wieder so ein Eisenschwert mit Schärfe 2. Ich glaube, das ist gar nicht mal so krass besser als mein Dierschwert, aber... Ja komm, mach doch. Ich glaube, das wirst du eigentlich ungefähr gleich stark sein. Aber das Eisenschwert ist ein bisschen besser noch. Ja komm doch, hast du jetzt keine Blöcke mehr oder so? Ich warte hier. Ich komm nicht zu dir. Ich hab einen Plan. Was willst du denn jetzt mit der Druckplatte, hä? Okay, Zugriff, okay, Zugriff, okay, Zugriff. Er will mich in Lava versetzen. Er brennt, er brennt. Ja, bisschen blöd mit deiner Lava, ne? Weg damit, so, tschüss. Für dich hat es sich ausgeleuchtet, tschüss. Ne, ne, hallo, was, was, was warst du? LOL, was war das denn? Junge. Also, das hatte ich auch noch nie in Skywars. Das war eine andere Hausnummer, also Respekt, ne? Das war so legendär. Nahaha. Also, das, das war eine andere Hausnummer. Aber trotzdem brauche ich das nicht nochmal, weil ich den Kill haben will. So, das nehme ich mir mit. So, das, 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 nee, die will ich nicht. So, dann ziehen wir uns das hier mal an und dann sind wir schon schön ausgerüstet. Gut. So, nehmen wir trotzdem mit, obwohl ich es nicht brauche. Super. Klasse. Ich glaube, da haben die schon wieder zwei in die Mitte. Hab verkackt. Ja. Er ist wieder nicht in der Runde. Geil. Und wir haben wieder drei Heal Potions. Das ist doch ein Traum hier. Oh, jetzt hätten mich noch Schutz 3 erfreuen können. Aber na, egal. Ich glaube, ich drehe das diesmal so rum. So. Und dann habe ich, ja. Okay, ich kann mir noch besseres Equipment machen. So, zack. Zack und... Nein, nicht mit den Fischen. Aus dem Fischen, mit den Fischen. Ich weiß nicht, ob das so praktisch wäre. Verbrennen wir noch das mit der Lava. Und... Junge. Warst du hier ein halbes Klavierspiel oder was? Moment mal. Nee, nee, nee. Mindestens Helm will ich machen. So. Was machst du denn da? Hä? Hier! Da kommt noch einer. Ich wisch mich ein. Ich wisch mich ein. Runter. Nein, ich habe alle verworfen. Oh, ich hatte mich gerade mit... Junge! Was ist das denn? Was ist das denn? Wieso habe ich den gerade so reingeschissen? Reingeschissen? Wie karrt? Wieso kann man nur verscheißen? Also, ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also, das war gerade echt peinlich hier. Wie konnte ich denn so reinscheißen? Eigentlich habe ich meine Taktik dagegen, dass mir das sowas nichts passiert. Aber gerade ist mein... Gerade ist mein Gehirn ein bisschen eine Matschbirne, ne? Aber Barbara, die Rote ist da. Hallo! Hallo, Barbara, die Rote. Nichts was... Wie? Wie was nichts? Was soll denn das jetzt hier heißen? Ach, kommt. Ach so, wie? Moment mal. Also, jetzt wird es mir hier ein bisschen suspekt. Jetzt gucke ich hier echt mal, ob der hier... Was ist los? Komm, auf Straße, ich sprügel mich mit dir. Okay, das ist doch kein genickter Spieler. Alles gut. Ich habe nämlich meine eigene Methode hier. Oh, da bin ich wieder. Ohne... Äh, Chessplay. Das... Ich kann mir keine Chessplay bauen. Was? Nein! Das Wichtigste am... Finale. Die machen es mir auch echt leicht heute, ne? TTT-Spieler dazu und dann verlassen die einfach alle. Also, das ist echt... Spitze, muss ich sagen. Weiter so, ob ich nichts ging. Oh, bitte! Lass die Mitte frei. Wie haben die das denn so schnell gebaut? Wie haben die das denn in dieser Zeit gebaut? So, ich... Wir haben nur noch eine Person und die muss ich weg. Klatschen. Zum Glück habe ich Heal Potions. Sonst wäre das ein bisschen kritisch hier, ne? So, da wäre ich auch schon... Wo ist der eigentlich? Hä? Ach, da drüben hockt der. Er hat das gebaut. Achso, ich bin gerade komplett verwirrt gewesen. Was war das denn hier, bitte? Wieso sind die denn alle rausge... Hier. Ja, eins. Zwei. Drei. Vier. Ja, also die ganze Runde ist eigentlich gelieft. Was ist denn mit denen los? Und jetzt nicken die sich auch noch. Was für Pussys, Alter. Die hau ich weg. Und da sind schon die nächsten beiden wieder raus. Die haben alle Angst vor mir. Das sag ich euch. So. Und wieso Milch... Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wieso hier Milch immer in den Ton ist. Ich verstehe das nicht. Ich lasse die immer drinnen. Ich brauche die nicht. Ich bin auch ohne Milch. Krass. Die haben das doch nur reingepackt, weil die uns vergiften wollen. Milch ist... Gift. Und zack. Da mache ich mir hier jetzt wieder eine Chestplate. Weil die Ton mir keine geben wollten. Das ist natürlich praktisch. Alter, wenn mir gleich ein Diamant zum Craften fehlt. Das wäre so belastend, ne? Bitte. Sieben. Okay. Ich glaube, ich mache mich hier da mal. Okay. Ist gar nicht mal so schlimm, dass ich den Diamanten verloren habe. Weil mehr kann ich auch gerade gar nicht machen im Moment. Außer noch eine Angel. Jetzt fehlt mir wieder ein Stock. Wie immer. So. Was mache ich denn hier? So. Okay. Jetzt... Nein. Die brauche ich noch. Danke. Und. Okay. Die... Oh. Und tschüss. Und das war es mit dir. Dann wären wir im Finale. Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir uns mal direkt wieder in die Mitte. Ach. Der baut sich schon zu uns. Okay. Gerade hat die Rüste... Was? Nein. Hat der nicht gemacht. Ja, ne? Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Montags, Mittwochs und Freitags um 15 Uhr. Gebt es auf meinem Kanal. Ein brandneues Video für euch. Abonnieren, Glock aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020